Hallo liebe Pico-Fans, ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie unserem Vorschlag einen Benefiz wagen für die Unfallopfer, für die Flutkatastrophenopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz so stark nachgekommen sind. Wir haben das heute Nachmittag um drei Uhr online gestellt und bis jetzt, es ist jetzt 20 Uhr, haben wir schon über 300 Wagen verkauft. Wie ich Ihnen sagte, werden wir den gesamten Verkaufserlös für die Flutkatastrophenopfer spenden und ich möchte mich wirklich bei Ihnen bedanken, dass Sie da so zahlreich diesem Aufruf gefolgt sind. Ich sitze hier auf meiner Terrasse im Sonnenschein und denke an die Menschen, die in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz in unsagbaren Zuständen im Moment leben, deren Häuser zerstört sind, die möglicherweise auch Familienangehörige verloren haben. Unser Beileid ist mit Ihnen und unsere Sorge ist auch mit Ihnen. Ich hatte diese Idee heute Morgen, als ich die Süddeutsche gelesen habe, habe ich mir gedacht, da müssen wir was machen und ich habe mir gedacht, dass wir nicht nur einen Wagen produzieren, von dem wir einen kleinen Beitrag oder einen kleinen Teil spenden, sondern ich habe gesagt, wir spenden alles, den gesamten Verkaufserlös. Ich bedanke mich bei Ihnen und ich bin sicher, dass wir noch weit, weit mehr verkaufen werden. Bis jetzt haben auf unserem YouTube-Kanal schon über 11.000 Menschen, Pico-Fans, den Aufruf gesehen und gelesen. Ich finde das ganz toll. Ich glaube, es ist eine gute Idee gewesen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie der Idee gefolgt sind und ich glaube, wir tun damit was Gutes. Und das gibt einem auch ein gutes Gefühl, dass wir zumindest den Menschen, wenn wir sie Ihnen nicht persönlich helfen können, dass wir Ihnen zumindest eine finanzielle Unterstützung bieten. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.